Meine Damen und Herren, noch einmal einen schönen Abend. Ja, Dr. Rössler, ich freue mich so sehr an diesem besonderen Tag hier bei Ihnen im Wirtschaftsministerium in so einem wunderschönen Innenhof. Ich glaube, schöner kann er eigentlich gar nicht sein, hier dabei sein zu dürfen und dass ich heute Abend die Gelegenheit habe, für Sie hier zu singen. Ich habe gerade eine Konzerttournee beendet. Das war durch Deutschland, aber sagen wir mal auch so durch Europa. Und ich habe da auch viele neue und alte Lieder singen können. Und ein Lied ist immer dabei. Es ist aus den 70ern, aus dem Album Ich bin, wie ich bin, das gleichnamige Lied Ich bin. Ich bin, wie ich bin Ich bin, wie 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 ich bin. Ich bin, wie 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 ich bin. nichts ändern, dann kann, bitte nimm mich so, wie ich bin, denn ich kann keine Ahnung für dich sein, doch liebst du dich so, wie ich bin, wirst es nie was bereuen. Doch liebst du mich so, wie ich bin, wirst es nie was bereuen. Ich bin, wie ich bin, aber eins sollst du wissen, wenn ich dir gehöre, ja, dann ist es für immer. Frage nicht, was uns die Zukunft verspricht. Bitte nimm mich so, wie ich bin, denn ich kann keine Ahnung für dich sein, doch liebst du mich so, wie ich bin, wirst es nie was bereuen. Doch liebst du mich so, wie ich bin, wirst es nie was bereuen. Ich bin, wie ich bin, nein, du kannst mich nicht ändern. Bitte nimm mich so, wie ich bin, nein, du kannst deine Ahnung für dich sein, doch liebst du dich sled Lucas. Ich bin, wie ich bin, ich bin, wie ich bin. Ich bin, wie ich bin, wie ich bin.